Du hast oft gesagt, Shiva bedeutet das, was nicht ist. Dann wieder gibt es Sat, du weißt, Adi-Guru, Adi-Yogi, der Shiva, der in Kailash lebte, der in Kashi lebte. Wie fühlt sich das an? Wie ist das, was nicht ist? Und was ist dieser Shiva, den du Adi-Yogi nennst? Schau, Shiva bedeutet das, was nicht ist. Wenn wir über das, was nicht ist, reden, sprechen wir über eine Dimension, die nicht physischer Natur ist. Denn unsere Wahrnehmung, unsere Sinneswahrnehmung ist so, dass wir nur das wahrnehmen können, was körperlich ist. Schau, im Moment kannst du meine Hand sehen, weil sie Licht aufhält. Du kannst die Luft nicht sehen, weil sie Licht nicht aufhält. Obwohl die Luft, die du gerade atmest, wichtiger für dein Leben ist als meine Hand. Nicht wahr? Nur du kannst dies sehen, das kannst du nicht sehen. Mit anderen Worten, unsere Sinne sind darauf ausgerichtet, nur das zu sehen, was für unseren Überlebensprozess notwendig ist. Etwas mehr als das, wenn du das sehen willst, brauchst du eine bestimmte Erhöhung der Wahrnehmung. Das gesamte yogische System ist also das Erhöhen unserer Wahrnehmung. Yoga ist keine Weltanschauung. Es ist keine Ideologie. Es ist nicht etwas, an das man glaubt oder an das man nicht glaubt. Es ist etwas, das du nutzt, um deine Wahrnehmung zu verbessern, um deine Wahrnehmung so zu schärfen, dass du Dinge sehen kannst, die du gerade nicht siehst, Dinge hören kannst, die du gerade nicht hörst. Schau jetzt gerade. Sagt die meteorologische Abteilung, übermorgen wird es regnen. Du schaust und siehst. Sagen dir das deine Augen? Nein, tun sie nicht. Aber ich sage dir, es gibt hier viele Vögel und Tiere, die alle wissen, dass es übermorgen regnen wird. Ameisen wissen, dass es übermorgen regnen wird, aber du weißt es nicht. Warum? Sie erleben wahrscheinlich gerade etwas anderes. Ist es eine Tatsache, dass wir als Menschen im evolutionären Prozess das am weitesten entwickelte neurologische System haben? Ja? Stimmt. Nur, sie wissen es und wir wissen es nicht. Einfach, weil die meisten Menschen sich mit zu vielen Gedanken und zu vielen Emotionen selbst belastet haben. Sie haben dieses Grundlegende nicht gelernt, wie sie mit ihren Gedanken und ihren Emotionen umgehen sollen. Also unsere eigene Intelligenz ist zu einem Hindernis geworden. Dass wir nicht einmal Dinge sehen, die eine Ameise sieht oder ein Elefant sieht oder ein Tiger sieht oder sogar ein Hund sieht. Wenn du etwas nicht findest, bringst du heutzutage Hunde mit, um es zu finden, nicht wahr? Weil sie, sie riechen es anscheinend besser, sie wissen anscheinend besser Bescheid als du. Aus diesem Grund haben wir Instrumente erfunden. Denn wir haben eine Intelligenz, die besonders ist und die für uns immer noch neu ist. Im evolutionären Maßstab ist sie immer noch neu für uns. Aus diesem Grund haben wir uns Werkzeuge, Mechanismen und Instrumente ausgedacht. Also wir können nicht sehen, was da oben ist, also nehmen wir ein Teleskop. Nun, die meteorologische Abteilung wird nicht von Ameisen geleitet, sie wird von Menschen geleitet. Sie selbst können nicht sehen, aber sie haben Instrumente geschaffen, die sehen können. Ja? Die Ameisen können selbst sehen, zu ihrem Überleben. Wir können nicht sehen, weil es zu viele Gedanken und Emotionen gibt. Aber jetzt haben wir uns Instrumente ausgedacht, die wir uns sehen, die wir uns hören, die uns Dinge zeigen werden, zu denen wir selbst nicht in der Lage sind. In diesem ganzen Prozess, was sichtbar ist und was nicht sichtbar ist, was eine physische Struktur hat und was keine physische Struktur hat, haben wir also angefangen, all diese Dinge zu erforschen. Aber das Fundament unserer Wissenschaft oder das Streben unserer Wissenschaft wird als Physik bezeichnet. Physik ist die einzig wirkliche Wissenschaft, alle anderen sind Ableger davon. Wenn du also Physik sagst, hast du klar festgestellt, dass du nur das untersuchen willst, was physisch ist. Das ist eine Dummheit. Das ist der größte Fehler, den wir gemacht haben. Wir sagen jetzt also, nur was physisch ist, kann untersucht werden und existiert. Alles, was nicht physisch ist, existiert nicht. Ist es eine Tatsache, dass dein physischer Körper eine Anhäufung ist? Ja. Über einen Zeitraum wurdest du angehäuft. Also, wenn nur das echt ist, du als Person, du als Leben ist nicht echt. Das behaupten wir damit. Ich sage, hier liegt der grundlegende Fehler. Also, Shiva bedeutet das, was nicht ist. Wir sprechen also davon, auf irgendeine Weise Zugang zu dem zu haben, was nicht physikalisch ist oder was nicht in den Bereich der sogenannten Physik oder der modernen Wissenschaft fällt, wie wir darüber reden. Heute weiß die moderne Wissenschaft, dass es etwas darüber hinaus zu geben scheint. Jetzt sagen sie also, dass deine Logik dich nicht dorthin bringt, also erfinden sie etwas, das sich Fuzzy Logic nennt. Aber es ist immer noch nicht genug, weil du immer noch in deinen eigenen Strukturen gefangen bist, weil es Physik ist. Du bist nur bereit, das Physische als Realität zu akzeptieren. Das bedeutet, dass dein eigenes Leben nicht Realität ist. Das Leben, das du bist, ist keine Realität. Nur der Körper ist Realität. Wir haben also eine ganze Kultur entwickelt, die darauf basiert. Wenn du Shiva sagst, transzendierst du diese Grenze auf gewisse Weise. Kulturelle Grenzen, wissenschaftliche Grenzen, die Grenzen der Denkweise, die Menschen haben. Wo ist er dann hergekommen? Wenn du gewisse Dinge begriffen hast und ein Zertifikat bekommen hast, du hast bestimmte Dinge des menschlichen Körpers begriffen. Wir werden dir sagen, oh, sie ist eine Ärztin. Also, wie bist du Ärztin geworden? Weil du etwas wahrgenommen hast. Jetzt ist also ein Yogi gekommen. Er hat sich nie vorgestellt, also nennen wir ihn den ersten Yogi. Adi Yogi bedeutet der erste Yogi. Denn er hat uns nie seinen Namen gesagt. Dann sagte jemand, aber er ist Shiva, weil er das begriffen hat, was nicht ist. Weil er das begriffen hat, was nicht ist, nennen wir ihn auch Shiva. Also, jetzt gerade, in der Populärkultur ist er Shiva. Aber in der spirituellen Kultur ist er Adi Yogi. Denn für ihn, für uns, ist er ein Yogi. Deswegen interessieren wir uns für ihn. Weil er das erlebt hat, was nicht ist, nennen wir ihn auch Shiva. Nun, wenn du hier mal guckst, die männlichen Mitglieder, die, der Leute, die hier sitzen, mehr als 70% von ihnen, ihre Namen, sind ein Ausdruck von Shiva. Haben sie etwas erkannt? Haben sie das gesehen, was nicht ist? Nein. Aber sie sind dazu fähig. Wir wissen also, dass sie potenziell Shiva sind. Also nennen wir sie auch Shiva. Wir nennen vielleicht sogar unseren Hund Shiva. Wir sehen keine Beleidigung. Weil ein Hund nicht das kennt, was nicht ist. Ein Hund ist kein Yogi. Der Hund wird das auch nicht in seinem Leben erkennen. Aber wir wissen, dass er auch aus derselben Quelle stammt, aus der ich kam, aus der du kamst. Er stammt auch aus derselben Quelle. Wir finden es also nicht unangemessen, unseren Hund ebenfalls Yoga zu nennen. Manche Leute sind sehr beleidigt, weil ich das gesagt habe. Sie dürfen beleidigt sein, denn ich glaube nicht, vielleicht ist für sie das Wort Hund eine abfällige Bezeichnung. Für mich ist nichts Abfälliges daran, ein Hund zu sein. Die meisten Menschen vertrauen einem Hund mehr als den Menschen. Also was mich angeht, kann ich sogar einen Grashüpfer als Shiva bezeichnen. Und das tue ich. Wenn ich einen Baum sehe, sage ich Shiva. Wenn ich einen Felsen sehe, sage ich Shiva. Wenn ich nur in den leeren Himmel schaue, sage ich Shiva. Wenn ich einen Mond sehe, werde ich Shiva sagen. Wenn ich einen Stern sehe, sage ich Shiva. Also werden diese Felsen erkennen, dass sie Shiva sind? Nein. Sie erkennen es vielleicht nicht, aber ich habe es erkannt. Das ist ein großer Unterschied. Bis zum nächsten Mal. – Tschüss.